einen wunderschönen guten abend wie war die schule ich weiß jetzt gar nicht mehr wo waren wir wo sind wir was sollen wir tun alles gut ja perfekt perfekt was will er da denn hauptziel nachforschungen tanaloa cobo stein nadeln ja dann hin das ist hauptziel wirklich und viele laufen ja geben wir mal gucken steuerung trinkwärter in der haus fein alle aber sind wir nicht extra hier zurückgelaufen um voran das hin zu fliegen war da mal wie das ist unser hauptziel ja gut dann gehen wir mal los erst mal wieder steuerung rauskriegen so noch irgendwie so ein chocobo wie ich es gerne nenne du kannst dich auf kaum aus oder warte mal ich kann doch wie war das denn ich kann doch irgendwie du bist ja ein braver neko aber ich bin echt mal überlegen kurz naja so war das ok so konnte ich mir da nicht anzeigen lassen wo ich hingehen soll also ich habe das schwert jetzt war doch mal das war blocken genau warum hängt da bist du denn das lassen wir erstmal wieder rauskriegen wie das geht wirst du auf okay da bin ich richtig näher bin ich nicht richtig kann ich denn ja pin bringen wir das was ich da mal ein pinsel setzen so kommen wir schneller voran theoretisch schon müssen nun mal gucken da kann man vielleicht auch durch das unentdeckte gebiet kann man denn hier ja 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 hast du das alles glatt so ist was gut danke fürs reinschauen soll ich dich hinbringen was kannst du für mich öffnen was ist hier los glaube ich möchte ja alle ich habe es zum nächsten mal ich weiß gar nichts mehr eine steuerung so karte abkürzung parieren blocken magnet sprinten heilen heilen jawohl wichtig fokus schub spezialangriff ausweichen das hat funktioniert muss die gegend mal an hier dann ist die tore von mordor ja das hast du ich muss ein bisschen die überblick behalten ich denke da kommen wir rüber wenn wir da lang gehen 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 wir mal schauen und hey 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 betonator detonator nein das tust du nicht sommer hier okay meditieren wir mal ja das scheint es runter zu gehen da hinten reinkommen ich liebe diesen teil was sagte mir denn hier an navigationshilfe okay keine gehen wir mal außen rum lassen sich öffnen wir müssen töten ach du scheiße alter ach du gut oi 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 köln knochenklumpen gefunden komisches vieh ja was gibt es dann noch poncho oi 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 Okay. Uh-huh. Ja, somit bin ich wieder hier. Dann töten wir mal den. Ja, hör auf. Wir wünschen uns Stärke. Wir stellen die unsere in deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Okay. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte, da kann man mal eben gucken. So, Fähigkeiten. Ähm, ja, vielleicht sollten wir sagen sie mal auf Überleben gehen. Da haben wir noch gar nicht so viel. Äh, Kels, maximales Leben erhöht sich, das ist immer gut. Kann man sogar leisten. Kel regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Steam-Belder von BD-1 benutzt. Mhm. Reduziert die Zeit, die nötig ist, um Kel mit einem Steam von BD-1 zu heilen. Ja. Halte B, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Oh. Das klingt doch nice. Okay. So. Wie ist das denn jetzt? Kommen wir hier vielleicht durch? Das liegt daran, dass du wenigstens. Aha. Nicht fallen. Ist das da, wo ich hin muss? Äh, da unten, ne? 28 Meter tiefer. Okay. Okay, okay. Kurze Lage checken. Ah, guck mal, da unten ist so ein Flugvieh. Aber wenn ich da runter jump, bin ich tot. Dann bin ich tot. Okay, dann gehen wir außen rum. Moin. So, hier können wir runter. Schnipp. Oh, wie war das dran springen? Ja, nur dran springen. Okay, okay. Wir durften nicht mehr weit weg sein. Ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Naja, auf einheben nicht. So kommen wir da durch. Los geht's. Oh, nicht fallen. Ja, was heißt da durch? Wo müssen wir hin? Geht's da unten weiter? Ich glaube schon. Oh, miau, runter. Da-dum. Lava-Spalte. Aber ein fieser Spitzname. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Oh, das Vieh. Ähm, willst du das? Ich weiß es gerade gar nicht. Wird das hier ein Respawn-Punkt? Oder erst, wenn ich mich ausruhe, ne? Dann sind allerdings auch die Gegner wieder da. So, die Dinger. Ich weiß nicht, warum. Ich will die kaputt machen. War das in Teil 1 nicht sogar ein Erfolg? Die alle zu zerstören. Warte mal. Achso, dass man da mit Navigationshilfe. Und dahin geht's nicht viel weiter. Dann machen wir erstmal. Gucken uns das Vogelnest hier an. Da konnte man ja rüber. Ah, Falterknopf. Oh, wo geht's denn hier hin? Ja, das ist eine Lavaspalte. Eindeutig. Ui. Wow. Oh. Digga, du musst hoch. Oh, hier. Wow. Komm noch her, wenn ich traust. Wow, wow, wow. Wow. So, noch Fragen? Das war toll. Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Ah, das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Raybes bösen Jungs den Garaus macht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Ah, was ich will. Kerl, ist dich zu belohnen. Für jeden von denen, den du erledigt hast. Oh ja. Bist nicht der Einzige, der noch koberisch vor mir ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Er gehörte als er zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen. Dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Salon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvor zu kommen. Na gut. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Kommt bestimmt noch, Digga. Kaisch, Kopfgelder freigeschaltet. Kopfgeldjäger können. Alter, habe ich einen Knoten in der Zunge. Kopfgeldjäger können jetzt über den Reisebildschirm verfolgt werden. Legendäre Kopfgeldjäger. Bringe alle einfachen Ziele zur Strecke und erweise dich, als würdig gegen die Besten der Besten anzutreten. Ich ruf den Räume Wire. Ich ruf den Räume und der erste Geist. Felin Diskot, wo er flach. Erinnert. Die Besten anzutreten. Vielen Dank.